Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Butterflay. Ich bin der Lutz und es wird mal wieder Zeit, dass wir uns über Star Trek Online unterhalten. Ich habe mir nämlich gestern so gedacht, guckst du mal nach Store News hast du ja schon länger nicht mehr und irgendwie war das quasi so, als hätte mein Instinkt mir was gesagt. Gestern ist Victories Live angekündigt worden. Die neue Deep Space Nine Erweiterung, die schon im Juni 2018 rauskommen soll. Was mich doch ziemlich, ziemlich überrascht. Das ist ein Monat früher, als ich gedacht hätte. Aber naja, wir gucken uns das jetzt mal an. Ich denke nämlich, da gibt es einen ganz schön großen Haken und über den unterhalten wir uns gleich. Wir beginnen erstmal hiermit. Star Trek Online ist unglaublich stolz, die vierte große Erweiterung ankündigen zu können, Victories Live. Diese brandneue Erweiterung ist eine Hommage an Deep Space Nine und beringte die Captains in den Gamma Quadranten, Josh, und darüber hinaus, um die Geschichte zu erleben, die mit der Rückkehr der mysteriösen Herc ihren Anfang nahm. Oh ja, vorauszusehen. Ja, ich meine, immerhin sind die Herc ja in der letzten Episode aufgetaucht. Odos aufgetaucht. War ja irgendwie klar, dass das mit der Erweiterung zusammenhängig war. Aber, ähm, ihr könnt als neue, brandneue Fraktion spielen, die Gem Harder. Ich freue mich wie so ein Stützer auf die Gem Harder. Ohne Frage. Jetzt kommt der Haken. Außerdem erweitern wir die Handlung von Star Trek Online um sechs neue Episoden und bringen zehn der originalen Schauspieler von Star Trek Deep Space Nine ins Spiel, wenn Victories Live im Juli 2018 auf dem PC und später im Sommer auf Xbox One und PS4 veröffentlicht wird. Sechs Episoden. Ganz ehrlich, das ist ganz schön wenig. Warum ich denke, dass die Gem Harder auch nicht viel Content mitbringen, dazu kommen wir gleich. Das tat weh, als ich das gelesen habe. Das tat richtig dalle weh. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sechs Episoden ist nicht viel. Jetzt kommt aber was Interessantes, wo ich immer noch ein bisschen verwirrt bin, was das zu bedeuten hat. Zusätzlich zu diesen Erweiterungen bringt Victories Live eine Erhöhung des maximalen Levels auf 65. Das ist ja klar, was da steht. Wir können jetzt bis auf Level 65 leveln. Das hat auch einen Grund, zu dem kommen wir gleich. Aber hey, ich habe mal wieder was mit Luna zu tun. Das wird allerdings in zwei Tagen abgeschlossen sein, so wie es aussieht. Weil fünf Level ist jetzt nicht sonderlich viel. Eine neue Warteliste. Also eine neue STF. Wer hätte das gedacht? Ich denke auch mal, dass wir dann ein neues Reputation System bekommen. Ich hoffe drauf, dass wir ein besseres Dominion Raum Set bekommen. Das wäre wirklich richtig, richtig geil. Und vielleicht auch die ein oder andere bessere Podaron Waffe. Das wäre noch geiler, muss ich mal ehrlich so sagen. Ein neues Fortschrittssystem. Wir kriegen ein neues Spezialisierungssystem. Und zwar den Constable. Ein sehr, sehr interessantes Spezialisierungssystem, wenn ich ehrlich bin. Scheint aber bloß ein kleineres zu werden. Sowie eine neue Sektor-Kampfzone. Sektor-Kampfzone. Ich hoffe, da gibt es mehr Marken als in den Badlands. Und als auf, wie heißt es doch gleich, Kobali Prime. Schön, dass ich wieder an Kobali erinnert werde. Ein neues Gameplay-Feature. Was für ein neues Gameplay-Feature. Da steht es nach der Sektor-Kampfzone. Ist das jetzt bezogen auf die Sektor-Kampfzone? Oder kommt noch ein neues Gameplay-Feature? Also ich denke mal, es ist bezogen auf die Sektor-Kampfzone. Weil, hä? Ein neues Gameplay-Feature. Ja, schreiben wir da mal so random hin. Ich bin leicht verwirrt, aber ich denke mal, das bezieht sich auf die Sektor-Kampfzone. Und schon mal, ich bin da eigentlich relativ gespannt drauf. Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Kammerquadrant wird eröffnet und man fliegt da durch. Und dann hat man dann so unterschiedliche Sektor-Blöcke, die man dann erobern muss. Mit dem Dominion diese Sektor-Blöcke vor den Hörgfurt zu verteilen. Das klingt eigentlich wirklich relativ interessant. Und wenn man eh einmal durch den Block durchdüst, kann man das ja auch mal schnell mitnehmen. Also da bin ich mal gespannt drauf. Bei dem die Spieler in den Krieg zur Rettung des Kammerquadranten gezogen werden. Ähm, okay. Also dieses, ein neues Gameplay-Feature scheint sich wirklich auf die Sektor-Kampfzone zu beziehen. Bin ich schon mal gespannt drauf. Hier steht, ja oder hier stand ja noch zusätzlich, 10 Deep Space Nine-Charaktere werden in das Spiel gebracht. Und die ersten sind eingekündigt worden, wer hätte das gedacht? Odo! Odo, der in der letzten Folge schon vorkam. Und wer hätte das gedacht? General Martok, der schon länger in Star Trek Online drin ist. Dass die beiden dabei sind, das überrascht mich jetzt gar nicht. Wer mich überrascht, ist Quark. Ich liebe Quark. Ich liebe Odo. Die beiden müssen in der Deep Space Nine-Erweiterung drin sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Quark mit reinkommt. Weil Quark hat doch eigentlich seine eigene Spielefirma, habe ich immer gedacht. Der verkauft doch Dabo mit Lita und hat dadurch sein Reichtum jetzt gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie Quark in die Story einbinden. Wobei ich aber sagen muss, wenn jetzt permanent Quark in Quarks wieder rumstehen sollte, dass er nebenbei sein kleines Spiel-Imperium hat, das wäre cool. Das wäre richtig cool. Aber ich bin mal gespannt, wie sie Quark einbinden wollen. Mal sehen. Und wen sie auch schon angekündigt haben, ist Kira. Und hier steht was sehr, sehr Interessantes zu Kira. Nachdem sie am Ende von Star Trek Deep Space Nine das Kommando über die Station übernommen hatte, begab sich Colonel Kira Nerys auf eine spirituelle Reise, an der am Ende sie zur Kai des baioranischen Volkes wurde. Holy Crap! Das ist einfach der Oberbock of Wario. Sie ist der Oberboss. Sie ist der Präsident. Hui. 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 Schade, dass wir nicht schon früher was von Kira gehört haben. Aber egal. Kira ist jetzt also Kai. Kira ist ein richtig hohes Tier. Da freue ich mich drauf. Also, da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. Jetzt wird es lustig. Lasst mich ganz kurz mal gucken. Genau. Garak is in. Wurde gestern auf Reddit gepostet. Und dann wurde zu dieser Website hier verlinkt. Zu GameStop. Ähm. Ne. GameSpot. Nicht GameStop. Hier sehen wir nochmal ein Bild von Quark in seiner Bar. In Quarks. Dieser Artikel hat etwas sehr Interessantes gespoilert. Dr. Bajir wird mit drin sein. Und Garak. Das ist geil. Garak ist richtig geil. Dr. Bajir ist cool. Aber Garak ist. Drei meiner Lieblingscharaktere. Aus Deep Space Nine. Jetzt fehlt nur noch Ezri. Und ich bin super happy. Und ich denke halt wirklich, dass Ezri mit ins Spiel kommt. Weil Ezri ist ja in diesen kleinen Mini-Geschichten, die Cryptic hier ab und zu mal auf der Website postet, erwähnt worden. Sie und die Eventine. Als es um Sternen um, wie hieß die? Sternen war es 13? K-13? K-13, genau. Als es um K-13 ging. Da wurde ja Ezri schon erwähnt. Und ich denke mal, Ezri wird jetzt hier mit drin sein. Wow. Dex, Quark, Odo und Garak. Fehlt nur noch O'Brien. Nein, aber vier meiner absoluten Lieblingscharaktere in einer Erweiterung. Okay, nehme ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sechs Story-Episoden. Äh, sechs neue Episoden. Neue Missionen. Ist recht dürftig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich auch oft die anderen fünf, selbst wenn es jetzt Ezri gewesen wäre oder Garak. Ich hätte auf fünf von denen verzichten können, wenn das heißen würde, dass wir mehr Episoden bekommen, mehr Missionen. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich bin da, das tut halt weh. Und zehn Charaktere in sechs Episoden reinzustopfen. Ich bin, ich bin halt mal wahnsinnig gespannt, was die Jammer da mit sich bringen. Jetzt kommt der Haken. An dieser Sache. Cryptic hat gestern ein Livestream gewartet und ein paar Fragen beantwortet. Und der erste, der erste Satz verwirrt mich ein bisschen. Ich habe nicht im Englischen immer ein Problem mit dem Wort, but. Dies, nein, Remap, all but confirmed. Heißt das jetzt, ist es nicht confirmed oder ist es confirmed? Bei der Rest des Satzes, wo hier steht jedes Mal, wenn, ähm, wenn Cryptic nach dem Deep Space Nine Remap gefragt worden ist, haben sie auf ein Bild von Quark's Bar, ähm, oder auf ein Bild von Quark's Bar zurückgegriffen, was anscheinend schon überarbeitet war. Welches wird das wohl gewesen sein? Nicht das, sondern das hier. Das machen wir mal ganz kurz zu. Ähm, wir sehen hier nämlich im Hintergrund eine Treppe, die nicht da ist. Und hier vorne die Stühle, die sehen auch gerade ein bisschen anders auf Deep Space Nine. Ähm, wahrscheinlich war es das, weil, ich kann mir das jetzt noch einbilden, aber das sieht doch ein bisschen dunkler aus als Deep Space Nine, äh, oder besser gesagt als Quark's Bar zur Zeit ist. Werden wir mal sehen. Ähm, was für mich eher noch ein größerer Indikator ist, ist das Bild von Odo, weil er hier eindeutig in seinem Büro drin sitzt. Hä? Also ich denke mal, es ist bestätigt, dass Deep Space Nine zumindest eine kleine Überarbeitung bekommt. Den einen oder anderen Raum zusätzlich und der ein oder andere Raum, der überarbeitet wird. Wie halt Quark's Bar, die überarbeitet wird und das Odo's Büro hier mit nach Deep Space Nine integriert wird oder in Deep Space Nine integriert wird, was in meinen Augen ein Muss ist. Das muss ich jetzt ehrlich so sagen. Es hat mich schon immer gestört, dass wir Odo's, ähm, Dings nicht hatten. Odo's Büro. Genauso wie die Krankenstation. Wo ist die Krankenstation? Aber mal gucken. Ähm. 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 Hier genau. Hier wollte ich hin. Äh. Was ist das jetzt hier für Wärmung? Äh. Nein. Keine weiteren Informationen. Ah. Kann ich das hier wegmachen? Ja. So. Okay. Was war jetzt merkwürdig? Ähm. Neue Tier 6 Schiffe. Wer hätte das gedacht? Meine Hoffnung. Tier 6 Luna Klasse und Tier 6 Gemmardar. Ähm. Schlagkreuzer. Bitte. 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 Ähm. Ähm. Dass dann eventuell, ähm, Tier 7 Schiffe reinkommen. Kommt aber nicht. Dafür kommt aber was anderes rein. Ähm. Wartet ganz kurz hoch. Und zwar. Habe ich nochmal ganz kurz schlecht vorbereitet. Dieses Schiff hier. Neues katastralisches Schiff. Sieht ziemlich interessant. Aber zugleich auch ein bisschen merkwürdig aus. Erinnert mich gerade wirklich ein bisschen an die Designs von Star Trek. Ähm. Dominion Wars. Wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen. Eine abgerunderte. So ein abgerunderte. Macht das Sinn. Ich glaube nicht. Eine besser aussehende Norin. Oder besser designte Norin. Ich weiß nicht. Aber irgendwie sieht das für mich so einen kleinen Dominion Wars halt. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Gespoilert ist das geworden von Trekmovie.com. Da kommt dieses schicke Schiff hier her. Ich bin mal gespannt. Also gestern war meine Reaktion eher so. Äh. Heute ist meine Reaktion. Hm. Ja. Mal gucken. Mal gucken was da noch mit sich kommt. Ähm. Die Erfahrungspunkte die man für Level 1, 6, 6 und so weiter braucht. Scheinen nicht so hoch zu werden wie damals von 50 auf 60. Was meine ich damit? Von 50 auf 60 zu kommen ist richtig böse. Aber die Kurve wollen sie nicht einschlagen für Level 60, 65. Also Level 60 zu 65 ist soll wohl einfacher zu grinden sein als von 50 zu 60. Wahrscheinlich auf dem selben Level. Ähm. Hier steht auch, dass das mit dem Admiralty System gar kein Problem sein sollte. Und das wird es auch nicht. Also Admiralty System ist da wirklich schon richtig richtig hart. Jetzt kommen wir zu dem ganz, ganz großen Punkt. Eine richtig große Enttäuschung für mich. Gem Hardar Players will start at Level 60 and begin as Member as a Dominion. Dass sie als Dominion Member, also als Dominion Mitglied anfangen. Klar. Logisch. Logisch warum. Aber dass sie mit Level 60 anfangen, ist ein ganz großes Problem. Weil das bedeutet kein Content für die Gem Hardar. Also jedenfalls kein großer Content für die Gem Hardar. Kein neuer Content, ähm, für die Gem Hardar. Ähm. Es ist auch noch nicht gesagt, ob die Gem Hardar dann in die Sternflotte, in die Klingon und die Romunana integriert werden. Ich denke mal schon, weil jetzt ist es jetzt sehr interessant. Gem Hardar Players will be able to go back and play previous Story Missions in addition to the new content. Also ich denke mal, es wird ähnlich sein wie mit Agents of Yesterday. Du wirst ein Tutorial haben, wirst zu den Herc wahrscheinlich nochmal aus den Augen des Dominions, ähm, oder wirst den Herc vorgestellt aus den Augen des Dominions. Und dann geht es gleich in den Alpha Quadranten. Dann kriegst du quasi die neuen 6 Missionen und der Rest wird der alte Content sein. Also das heißt die alten, ähm, Föderationsmissionen, die alten Klingon-Missionen, die alten Romunana-Missionen. Und ich stelle mir das echt so vor, weil, das ist hart. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, das ist schon relativ hart. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Weil ich fand damals schon den Content der Agents of Yesterday mit sich brachte. Sehr, 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 sehr wenig. Das ist jetzt noch weniger. Ja, also ich mag, ähm, Data Rising wirklich nicht so. Also, muss ich ehrlich sagen, aber man hatte wenigstens viel Content, den man spielen konnte. Sechs Missionen und dann so ein paar alte Missionen. Das ist, irgendwie schmeckt mir die Sache da wirklich nicht. Ähm, Jeopardy Players, also was hat man eben? Let's start with at least some reputation. Also, ähm, wenn wir jetzt, logischerweise, die sind Level 60 und ein bisschen Spezialisierung, Reputation werden wir schon haben. Also finde ich nicht schlecht. Wobei ich jetzt mal sagen muss, ein bisschen Reputation, das klingt nicht uninteressant. Und das andere ist, ein bisschen Spezialisierung. Also ich hoffe, dass wir dann ein paar Punkte haben, die wir dann schon verteilen können. Müsste ja eigentlich so kommen, dass wir die Punkte, ähm, quasi im Inventory haben, in Anführungsstrichen Inventory haben. Ähm, um dann unsere Reputation Skills zu skillen. Ja, wäre jetzt ein bisschen komisch und cryptic, dass er einfach für uns entscheiden würde. At least some reputation. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Also heißt das, meinetwegen, wir haben jetzt einen Gemma da und der ist schon, ich hab keine Ahnung, Level 3 im Omega Reputation oder sowas. Das wäre interessant. Weil, das alles nochmal neu hochzuleveln. Äh, ne, danke. Vielleicht machen sie es sogar so, oder sind es so nett, wenn man schon auf einem anderen Charakter alle hochgelevelt hat, dass dann diese Reputation Systeme auch alle hochgelevelt sind. Nur, dass halt das neue Reputation System dann neu gelevelt werden müsste. Das wäre interessant. Das, dafür wäre ich wirklich für, äh, dafür wäre ich wirklich für, dafür wäre ich, dafür wäre ich. So klingt das besser. Ähm, Gemma da players will be, ähm, customisable in the tailor. Das heißt also, Gemma da, äh, unsere eigenen Skins können wir anpassen, logisch. Aber sowas wie den Gemma da BO aus der Episode Facility 4028 werden nicht, ähm, veränderbar sein. Stört mich jetzt aber nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt auch, ich denke mal, wir werden sowieso neue Gemma da Brückenoffiziere bekommen. Jedenfalls für unseren Gemma da, also, ne. Ähm, außerdem werden Gemma da Spieler ein paar einzigartige Traits haben. Das klingt nicht unbedingt uninteressant. Und jetzt kommen wir noch zu einer sehr interessanten Sache. Ähm, travel to the Gemma Quadrant will be done through the wormhole. Wer hätte das gedacht, dass wir durchs Wormloch fliegen müssen, um die Gemma Quadranten zu bekommen. Das wird dann wohl so ähnlich sein, wie mit dem ikonianischen Gateway, wenn wir an den Delta Quadranten wollen. Alles klar. Und dann, Gamma Quadrant, Sektor Space Map ist so gut wie bestätigt. Das wird wahrscheinlich dann auch die neue Sektor Space Zone Dings da sein, Battle Zone sein. Ähm, die neue Battle Zone, meine gut, Zone Zone. Alter, what the? Wow, da habe ich jetzt ziemlich öfter abgerutscht. Ähm, ja. Die Sektor Kampf Zone, genau. Das ist der Name, den ich eben nicht rausbekam vernünftig. Eine Sache haben wir da noch, und zwar die sekundäre Spezialisierung, den Constable. Ähm, wir überspringen mal diesen ersten Absatz, weil das ist jetzt bloß laberababer. Kommen wir gleich zu dem Wichtigsten. Die Constable Spezialisierung schlägt einen neuen Kurs ein. Im Gegensatz zu vorherigen Spezialisierungen, die entweder nur für den Raum oder nur für den Boden waren, oder die Fähigkeiten besaßen, die nur im Raum oder am Boden wirkten. Das klingt gerade doppelt gemoppelt. Und wird euch jede Fertigkeit der Constable Spezialisierung von Nutzen sein, egal wo ihr seid. Also wir skillen eine Fähigkeit, die hat dann einen Raumeffekt und einen Bodeneffekt. Das klingt schon mal recht interessant. Die Constable, äh, da unten doch, da fängt nochmal gleich an. Die Constable Spezialisierung dreht sich um eine neue Art, einzigartige Mechanik, euren Widersacher. Wenn ihr vier Sekunden lang denselben Gegner anvisiert, dann wird er euer Widersacher. Sobald ein Widersacher festgelegt wurde, bleibt er es, außer ihr wendet euch zu lange von ihm ab. Na ja, sehr klar, also wir visieren den vier Sekunden an, unseren Widersacher, wie ein anderes, ähm, Target. Vier Sekunden lang, dann wird der natürlich unser Widersacher, ist ja logisch. Ähm, wo waren wir? Da, mit der Constable Spezialisierung werdet ihr im Kampf gegen euren Widersacher deutlich effektiver sein. Ihr erleidet weniger Schaden von euren anderen Gegnern und ihr fügt eurem Widersacher mehr Schaden zu. Ja, von anderen Gegnern? Also das heißt, nehmen wir jetzt mal ganz kurz ein, wir haben einen Transformator vor uns. Und hinter uns kommen die Svern und wir visieren diesen Transformator an. Und die Svern kommen und rücken näher. Heißt das, die zwei machen uns weniger Schaden? Das klingt cool. Das klingt wirklich cool. Äh, mit der neuen Spezialisierung erhöht sich, äh, erhöhen wir auch die maximalen Spezialisierungspunkte auf 195 Punkte. Spieler, die diesen Wert überschreiten, erhalten stattdessen die Lithium-Erz. Was heißt das? Da bin ich leicht verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Heißt das, sie wollen so eine ähnliche Mechanik einführen, wie sie es schon mal einführen wollten, damals mit Delta Rising. Das heißt, wir haben mehr Punkte, als wir skillen können. Die kriegen wir, die können wir dann umwandeln in die Lithium-Erz? Hm, das klingt nicht schlecht. Okay, dann haben wir unsere passive Fähigkeit. Also das heißt, wir slotten unser Spezialisierungssystem als, ähm, sekundäre Spezialisierung. Dann bekommen wir, wenn ihr die Constable Spezialisierung aktiv habt, erhaltet ihr die folgenden Vorteile. Es ist 10 bis 25 Panzerdurchdringungen gegen euren Widersacher. Ähm, das wird dann folgendermaßen skaliert. Und je nachdem, wie viele Punkte wir in der Constable Spezialisierung drin haben, umso mehr Panzerdurchdringungen kriegen wir pro Punkt, kriegen wir dann auch ein, eine weitere Panzerdurchdringung. Und das sind dann maximal 25 Panzerdurchdringungen, die wir dadurch erhalten können. Klingt schon mal nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit dem Widersacher funktioniert. Weil ich stelle mir das jetzt gerade bloß vor gegen Gegner, die wir auch lange anvisieren. Wie zum Beispiel den taktischen Warcodes, wie zum Beispiel den Dreadnought auf der Map. Wo wir halt sicher sind, dass wir 10 Sekunden lang ihn anvisieren. Ja, müssen wir mal gucken. Das klingt, das klingt nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da dran koche und so finde ich ehrlich bin. Dann haben wir noch Raumschiffeigenschaften. Da müssen wir 15 Spezialisierungspunkte verteilt haben. Dann kriegen wir Arrest. Verregnet die Abklingzeit, also Abklingzeit eurer Brückenoffiziersfähigkeiten erheblich, wenn ihr euer aktuelles Primärziel besiegt. Das klingt auch irgendwie interessant. Aber auch nicht so hundertprozentig. Weil, nehmen wir an, wir haben eine Sphäre. Die machen wir schnell kaputt. Unsere Brückenoffiziersfähigkeiten haben wir in der Cooldown. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Dann haben wir aber einen taktischen Warcodes vor uns. Die sind relativ zäh. Hm, wie kommen wir da durch? Arrest ist auch relativ situationsabhängig, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ganz zu schweigen davon, nur unser aktuelles Primärziel. Das heißt, wir sind von einem Schwarm von Gegnern umzingelt. Die zählen alle nicht. Nur das eine Ziel, was wir da anvisiert haben. Das ist das Wichtige. Na gut. Dann haben wir hier noch die neuen Fähigkeiten, die mit dem Spezialisierungssystem mitkommen. Das sind fünf an der Zahl. Lücke stießen erhöht Geschwindigkeit, wenn ihr eurem Widersacher gegenübersteht. Okay. Beschlagnahmen eure Waffen erhalten eine Chance, die Buffs eures Widersachers zu entfernen. Ganz ehrlich, das klingt so relativ interessant für PvP. Okay. Zermürben verringert die Gesundheitsregeneration eures Widersachers um einen Wert, der mit der Zeit zunimmt. Okay. Einzelfokus erhöht euren Schadenswiderstand gegen jeglichen Schaden, der nicht von eurem Widersacher stand. Das klingt ja wirklich nach PvP ohne Ende. Holy shit. Ich habe mein Primärziel. Naja, das Primärziel jammert dann rum und sagt, dem Team greift da jetzt mal den Typen an und die machen mir weniger Schaden. Das klingt... Okay. Fügt mit Abreißen fügen wir unserem Widersacher mehr Schaden zu. Da wäre das gedacht. Hm. Jetzt will ich mir das gerade echt mal so überlegen. So, ein Gegner einer SDF hast du ja eigentlich wirklich nur Dreadnoughts oder irgendwas spezielles, wie zum Beispiel Transwarp Gateway oder sowas. Das klingt jetzt wirklich nach einer relativ coolen Sache im PvP zu haben. Hm. Na gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Was... Also... Ich freue mich zwar auf das Update, aber ich bin nicht dolle gehypt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, es klingt schon mal richtig cool. Da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Fällt mir gerade ein, dass wir Jammerdarrasse spielbar kriegen. Es klingt richtig, richtig cool. Das Problem ist bloß, es klingt nach sehr wenig neuen Content, den wir durch die Jammerdar bekommen. Und dann ist jetzt auch noch die Frage, was ist mit Promotion und Lockbox-Schiffen, die es da gibt. Ähm, die Frage taucht da auf. Und das kann ich jetzt verstehen, wenn jetzt einer sagt, Ey, ich habe jetzt endlich mein Jammerdar-Angriffs-Schiff. Jetzt kommt die neue Rasse raus. Ähm, jetzt ist mein super tolles, teures Jammerdar-Angriffs-Schiff ja auch nicht mehr so viel wert. Ja, das kann passieren. Ich frage mich aber gerade, wir haben ja hier dieses eine neue Katastriana-Raum-Schiff. Wird das jetzt ein Lockbox-Schiff? Wird das jetzt ein Zen-Store-Schiff? Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Wird vielleicht Cryptic wirklich sagen, Jammerdar-Angriffs-Schiff bleibt erstmal nur eine Promotion. Auch der Dreadnought bleibt erstmal bloß ein Lockbox-Schiff beispielsweise. Oder werden wir davon eine Zen-Variante kriegen? Mal sehen. Da bin ich mal gespannt, wie Cryptic das lösen wird. Aber wie gesagt, dass es für Jammerdar sehr wenig Content gibt. Hm. Hm. Oder so wie es aussieht, relativ wenig Content. Von 60 auf 65 ein Level-Cap zu erhöhen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Neue, neue, ähm, STF ist klar, dass die rauskommt. Ähm, als solches ist jetzt keine große Überraschung da. Es ist halt wirklich, was mich persönlich halt wirklich stört, ist sechs neue Episoden. Und dann schreibt das so rein. Das klingt halt wirklich nur, dass wir sechs neue Episoden kriegen. Und ein bisschen Content für unser Jammerdar. Wirklich bloß ein bisschen, weil wir fangen ja bei dem schon mit Level 60 an. Also irgendwie schmeckt mir die Sache noch nicht ganz hundertprozentig. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, die Deep Space Nine-Charaktere im Spiel zu sehen. Wie gesagt, Quark, Odo, Garak, dann noch eine Dex und ey, hell yes. Natürlich, nehme ich sofort. Aber, ja, ich bin noch so ein bisschen erzwicken, wenn ich ehrlich bin. Aber, das war jetzt erstmal der allererste Blog, den sie rausgehauen haben. Es ist noch ein langer Weg bis Juni. Und wenn der Weg ein bisschen kürzer ist, als ich dachte, ja, überraschen lassen, würde ich mal sagen. Also, Victories Live ist angekündigt. Dann würde ich mal sagen, euch Victories Live. Ne, das klingt falsch. Vergesst mal das. Euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Schausen. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020